Ladies and Gentlemen, herzlich Willkommen live aus dem Herzen von Halle im Bernstielzimmer. Herzlich Willkommen zur mittlerweile fünften Folge hier im Bernstielzimmer live aus dem Herzen von Halle im Schad gegenüber vom Händehaus. Ihr seht es, ich bin heute wieder nicht allein. Nach der letzten Folge mit Philipp Amthor geht es hier politisch weiter, aber nicht weniger charismatisch, kann ich euch versprechen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast wieder hier, der auch eine gewisse Anreise hinter sich hat. Jetzt muss ich erstmal auf meinen Zettel gucken. Ich weiß gar nicht, wie ich dich jetzt richtig begrüße, weil Professor Dr. Patrick Sensburg oder Oberst der Reserve... Du darfst doch Patrick weitersagen. Ja, okay, aber das freut mich. Das ist auf jeden Fall schon mal gut für unsere Zuschauer. Patrick, herzlich Willkommen hier im Bernstielzimmer. Es freut mich wirklich außerordentlich sehr, dass du hier mal wieder in Halle bist. Das wissen unsere Zuschauer noch nicht, aber wir haben ja ein bisschen Zeit, um heute so verschiedene Themen abzuarbeiten. Für diejenigen, die das erste Mal zuschauen, die werden sich jetzt wundern. Hier stehen zwei Getränke. Für die, die öfter zuschauen, die werden das wissen. Mein Gast darf immer sein Lieblingsgetränk auswählen und es geht immer los mit der Frage, Patrick, was trinken wir hier? Also ich hätte natürlich gerne ein Mojito getrunken, aber da ich heute mit dem Auto kommen musste, die Bahn fuhr nicht, hatte eigentlich eine Bahnfahrt geplant und dann ging alles nicht. Und dann habe ich mir ein Auto gemietet, um überhaupt hier hinzukommen und dann habe ich gedacht, Alkohol geht dann besser nicht, sonst jetzt ist es ein Mosquito geworden. Also alkoholfrei. Das ist ein alkoholfreier Mojito? Ja, ich hoffe das. Nein, nein, also wenn das so ist, dann erstmal Prost, herzlich willkommen hier in Halle im wunderbaren Bernstein-Zimmer. Hast du den auch alkoholfrei? Mhm. Ach du liebe Zeit, da habe ich dir was angetan hier. Ach, das ist nicht schlimm. Ich wohne ja hier und kann man schon mal sagen, wir haben Sonntag schon direkt die nächste Sendung, also insofern alles gut. Patrick, da fehlt aber schon ein bisschen was, ne? Ja, der Strohhemm, der Alkohol. Ich dachte, Alkohol. Ja, ich habe jetzt auch voll auf so eine Limette gebissen, aber das ist gesund. Das ist auch gut. Ich glaube, mit Alkohol wäre es noch gesünder, aber gut. Safety first. Genau. Safety first, das könnte eigentlich auch das Thema sein. Das ist klar, mit Alkohol fährt man nicht. Null. Das stimmt. Genau. Wobei, weißt du, ist der Unterschied zwischen Stadt und Land? Kennst du den? Ja, ich kenne das. Ich komme aus einer ländlichen Region, aber sag mal euren Unterschied. Naja, bei uns ist das so, in der Stadt, wenn du da drei Bier trinkst, darfst du nicht mehr fahren. Wenn du auf dem Land drei Bier trinkst, dann bist du der Fahrer. Ja. Nein, nein, nein. Das ist eine klare Regel. Und da hat man immer einen, der fährt. Oder man muss halt eben einen Kollegen haben, der Polizist ist, der einen dann noch nach Hause bringt, aber nicht mehr sehr erfahren. Ja, gutes Stichwort. Ich vermute mal, es kennen dich jetzt außerhalb des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., also VDRBW. Da kennen dich alle. Da kannst du ja gleich noch was zu sagen. Aber außerhalb dieses Gremiums nicht so viele. Du bist natürlich einer meiner geschätzten Kollegen. Und du hast auch den Professortitel ja nicht einfach nur so verliehen bekommen, sondern du bist tatsächlich Jurist und Gastprofessor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen in Münster. Ja, da bin ich sogar nicht nur Gastprofessor, da bin ich sogar richtiger Professor. Ganz genau. Und das auch schon jetzt seit einigen Jahren, seit 2008. Und das ist ja eine ganz spannende Hochschule, weil wir bilden in Nordrhein-Westfalen die Polizei aus. Also jeder, der zur Polizei will, Kommissar werden will, kriegt erst mal ein Studium, drei Jahre mit praktischen Teilen. Und dann wird er ausgebildet. Und dann lernt er natürlich nicht nur, wie man es so macht als Polizist, sondern man lernt auch die rechtlichen Grundlagen. Man lernt psychologische Hintergründe, also ganz, ganz viel. Und das läuft bei uns an der Hochschule. Also man lernt dann quasi auch, wenn so ein Demonstrant kommt und der ist dann renitent, heißt das glaube ich bei der Polizei, was man dann darf und was nicht. Richtig? Ja, ganz genau. Und man lernt auch im Grunde, wie wichtig zum Beispiel die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 ist, dass es ein hochgeschütztes Gut ist. Man lernt aber auch, dass da drin steht, friedlich und ohne Waffen. Und das vergessen heutzutage manche, die demonstrieren. Die sagen nämlich, das gehört alles zu meinem Demonstrationsrecht. Gulli Deckel auf Polizisten werfen. Nee, das gehört gar nicht dazu. Das ist eine Straftat. Ja. Und wie ist das für dich, wenn du jetzt sozusagen aus dem Juristischen kommst, aus jemand, der Polizei auch ausbittet? Jetzt bist du im Parlament. Man könnte ja eigentlich direkt sagen, so Mr. Sicherheit. Du bist ja im Verteidigungsausschuss und auch noch in einem anderen Gremium, über das wir nachher vielleicht dann noch sprechen können. Und jetzt kommst du in den Bundestag und hast du da mal irgendwie eine Situation gehabt, wo du sagst, da hat dir jetzt dein Wissen auf der Seite der Polizei, so würde ich dich jetzt mal verorten, auch mal geholfen? Ja, also Wissen schadet in der Regel nicht. Das stimmt. Also von daher, manchmal denkt man sich eher, Mensch, warum ist die politische Seite so weit weg von der praktischen Seite? Hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel alleine, was Polizeibeamten so vor Ort erfährt, was das denn passiert, das sieht man doch in der Politik etwas von der Meta-Ebene. Also das so ein typischer Alltag ist, dass der Polizist auf Streife mal angespuckt wird. Das Alltag? Ja, das ist teilweise Alltag in bestimmten Kiezen und das ist eben was, wo man als Politik klare Signale setzen muss. Und deswegen haben wir zum Beispiel als Union auch klare Signale gesetzt. Polizeibeamte bedrohen, Polizeibeamte bespucken oder sonst irgendwas. Das kann man nicht einfach tolerieren und wir haben da die Strafen erhöht. Und das ist auch gut so, weil ich glaube, diejenigen, die uns schützen, die für uns da sind, auch für den Kopf für uns hinhalten, denen müssen wir auch als Rechtsstaat dann die Unterstützung geben, dass sowas nicht akzeptabel ist. Und das sind so Sichtweisen, die kriegt man aus der Praxis dann mit. Also ich war zwölf Jahre jetzt im Rechtsausschuss, auch parallel im Innenausschuss. Jetzt in dieser Legislaturperiode natürlich aufgrund des Themas Bundeswehrreserve in den Verteidigungsausschuss gewechselt. Das sind also die Sicherheitsthemen, die haben mir beruflich immer schon gelegen und das war meine Berufswelt. Und das war ganz gut, dass das im Bundestag auch meine Themen waren. Wären es jetzt ganz andere gewesen, wäre es wahrscheinlich nicht so leicht geworden. Ja, das ist ja, ich habe ja tatsächlich heute wieder eine super Vorbereitung. Da habe ich so eine Karte, da stehen so Gemeinsamkeiten drauf. Du hast eine schon angesprochen, du warst sehr lange im Innenausschuss. Man könnte jetzt sagen, ich bin dann ja erst nach dir in den Bundestag gekommen und habe dann das Innenausschuss-Thema geerbt. Und jetzt ist es ja so, dass ich das Thema IT und Cyber Security dort vorantreibe. Wir hatten dann eine ziemlich hitzige Debatte zum Thema Huawei und 5G und überhaupt, wie weit die Chinesen. Und die Legislaturperiode davor warst du ja zu einem ganz interessanten Ausschuss, den du geleitet hast. Erzähl doch mal zwei Sätze dazu. Also das, was du erzählen darfst. Ja doch, klar. NSA-Untersuchungsausschuss, der ist ja abgeschlossen. Wir haben ja auch einen großen Abschlussbericht gemacht, zig, hundert Seiten lang. Vielleicht nochmal für die, die das jetzt nicht wissen, was war der NSA-Untersuchungsausschuss? Der NSA-Untersuchungsausschuss, das war der, der sich mit den Veröffentlichungen von Snowden beschäftigte. Also im Grunde die Frage, was hat der Snowden alles an geheimen Unterlagen rausgenommen? Der hat ja gesagt, die Amerikaner hören uns alle ab und der BND hilft auch noch dabei. Und dann hatten wir in der letzten Legislaturperiode vier Jahre lang einen Untersuchungsausschuss, der sich im Endeffekt damit beschäftigte. Was war das mit dem Snowden und seinen Veröffentlichungen? Das war total spannend, weil wir eben gesehen haben, was Nachrichtendienste machen. Im Endeffekt war vieles an den Vorwürfen von Snowden gar nicht richtig. Der hat Powerportfolien falsch interpretiert. Aber er hat auch den Finger in die Wunde gelegt. Im Endeffekt war es dann teilweise ein bisschen ein BND-Untersuchungsausschuss, weil der BND in früheren Jahren... Also der BND, für die, die das nicht wissen, der Bundesnachrichtendienst, ist sozusagen unser Auslandsnachrichtendienst. Richtig. Der hatte dann, weil er im Bereich der sogenannten Signal Intelligence, das ist Daten aus der digitalen Welt abgreifen, könnte man sagen, weil er nicht so kompetent war, hat er Hilfe von den Amerikanern und von den Briten gekriegt. Und die hatten dann erstmal eine Vielzahl von Suchbegriffen mit eingesteuert, sodass man fleißig, ohne es zu wissen, Leute abhörte, die wir gar nicht abhören wollen. Selektoren heißt das, glaube ich. Selektoren heißt das, ganz genau. So, du kennst dich aus, du bist im Innenausschuss. Da habt ihr das nämlich auch immer. Also von daher, das war ein ganz spannender Ausschuss. Wir haben unheimlich viele Empfehlungen gegeben. Es gab auch ein neues BND-Gesetz daraufhin. Es gab ein neues Gesetz für das Parlamentarische Kontrollgremium. Also da hat sich viel verändert. Aber es hat sich eben auch die Sensibilität erhöht, wie wir mit unseren Daten umgehen. Und deswegen fand ich das jetzt klasse, du hast das gerade gesagt, das Thema Huawei und Ausbau von neuen Netzen mit einer Infrastruktur, die aus China kommt. Da haben wir ja nun viele ältere Kolleginnen und Kollegen, aber du hast relativ schnell, das fand ich damals richtig klasse, den Finger in die Wunde gelegt. Und du hast gesagt, kann das denn sein, dass die Chinesen unsere ganze Infrastruktur aufbauen? Und da geht es nicht nur um die Frage der Sicherheit, das ist ein wesentlicher Faktor. Aber da geht es auch darum, wer bestimmt denn irgendwann die Standards? Wenn du alles nur noch aus China hast, und das hast du ganz deutlich betont, mit vielen Kollegen, die du dann auch da sensibilisiert hast, wer bestimmt hinterher überhaupt noch welches Teilchen ausgewechselt werden kann? Das können dann nur noch die Chinesen. Und das bei dem höchsten Gut, das wir haben, unserer Daten. Also das war gut, dass du damals reingegrätscht bist. Ja, das war auf jeden Fall, du hast ja gesagt, ich habe den Finger in die Wunde gelegt. Ich habe Glück, dass der noch dran ist. Das war eine ganz schön heiße Debatte. An dieser Stelle, wir sind schon sehr tief eingestiegen. Ich glaube, man merkt, wir arbeiten öfter zusammen. Wir müssen aufpassen, dass es nicht zu nerdig wird. Also zumindest nicht von meiner Seite. Herzliche Grüße natürlich an alle, die jetzt hier zuschauen. Ihr seid wie immer eingeladen, Fragen zu stellen. Ich hatte es jetzt schon gesagt, der Patrick ist vielseitig versiert. Es geht nicht nur um NSA-Untersuchungsausschuss. Natürlich haben wir heute auch die Bundeswehr im Fokus. Da kommen wir gleich noch drauf. Insbesondere unsere Reserve. Wenn ihr also dazu Fragen habt, dann immer her damit. Und ansonsten könnt ihr natürlich gerne auch andere Themen ansprechen, die euch gerade auf dem Herzen liegen. Patrick sitzt wie ich im Bundesstaat. Ich sehe ja schon im Grunde, dass es Fragen gibt. Kann man zur Zielscheibe werden? Wenn man sicherheitsrelevante Informationen googelt. Also man kann zur Zielscheibe werden, wenn man sich intensiv mit Nachrichtendiensten beschäftigt. Was sind denn sicherheitsrelevante Informationen googeln? Also ich sage nochmal, bei mir war es mal so, dass mein Handy vermutet wurde, dass es gehackt war. Das wurde dann ans BSI geschickt. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnologie sollten das überprüfen. Und dann kam das aufgebrochen an. Das war schon mal der erste Teil. Dann hat man die einzelnen Bestandteile dann irgendwann durchleuchtet, geröntgt und so weiter. Ist immer noch auf einer PowerPoint-Folie des BSI und des BSD ein Handy und das ist dann meins. Also da kann man schon, wenn man sich intensiv mit den sicherheitspolitischen Themen... Das ist das rosa Telefon, oder? Das ist dieses nicht rosa Telefon, aber das, was durch die Durchleuchtung so ein bisschen farblich aussieht. Also soweit, dass ich ein rosa Telefon habe, ist es noch nicht gekommen. Aber es ist ein schwarzes Telefon, das ich habe. Von daher, da kann man wirklich mal in den Fokus gelangen. Und ich sage immer, Berlin ist so der Standort für die Nachrichtendienste. Da spielt sich zentral die europäische Politik ab. Viele Firmen haben ihre Repräsentanzen. In Berlin tut sich unheimlich viel, so viel wie früher in Wien konnte man sagen, aber noch viel mehr. Also alle Nachrichtendienste sind in Berlin und gucken, was sie da abgreifen können. Wenn man nur sicherheitsrelevante Sachen googelt, zum Beispiel, wie man sich gegen das Abhören von Daten schützt, oder, 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 dann ist das auf den ersten Blick nicht so. Wenn ich jetzt bestimmte andere Sachen google, zum Beispiel, wie ich Sprengsätze baue und diese Begriffe immer wieder eingebe, sage ich mal, dann hoffe ich, dass unsere Nachrichtendienste da aufmerksam werden. Also ich sage mal, wer Salpeter, Zucker, Rezin, Bombe, Splitterbombe eingibt. Alles Begriffe, die kann man nennen, das ist Hausfrauenweisheit. Ich wollte jetzt auch nicht, dass Facebook dieses Video im Nachhinein sperrt. Nein, 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 keine Sorge. Also da sind wir noch auf dem Hausfrauen-Niveau. Das kennt wirklich jeder, der sich ein bisschen mit Küchengegenständen auskennt. Also wer das regelmäßig macht, kommt hoffentlich zurecht in den Fokus von Polizei und Nachrichtendienste, weil der ist mehr als verdächtig. Jetzt muss man ja sagen, du sagst das ja nicht einfach nur so, Innenausschuss, Verteidigungsausschuss ist klar. Aber wir haben ja noch ein weiteres Gremium im Deutschen Bundestag, das sogenannte PKGR, das Parlamentarische Kontrollgremium. Und da bist du ja auch Mitglied. Und was macht denn dieses Gremium? Erzähl doch mal aus dem Nähkästchen. Also was das Gremium macht, kann man erzählen, weil das ist ja auch mal vom Bundestag eingesetzt worden mit einem Auftrag. Das ist also klar. Das Parlamentarische Kontrollgremium überwacht die Tätigkeit der Nachrichtendienste. Dass die Nachrichtendienste einmal im Rahmen der Gesetze handeln. Wer ist das bei uns in Deutschland? Das ist bei uns einmal, du hast es schon gesagt, der Auslandsnachrichtendienst BND, der Bundesnachrichtendienst. Das ist für das Inland auf Bundesebene der Verfassungsschutz. Und das ist der Militärische Abschirmdienst. Also heute heißt der BAMAD, Bundesamt für den Militärischen Abschirmdienst. Das sind unsere drei Dienste, die wir haben. Ausland, Inland und Militärischer Abschirmdienst. Also das bedeutet, dass man insbesondere schaut, haben wir Extremisten im Militär, das wollen wir nämlich nicht, und die dann auch rauskatapultieren. Das sind unsere drei Dienste. Und wir schauen, halten die sich an ihre rechtlichen Befugnisse? Wir wollen, dass die ordentlich arbeiten können. Die haben nämlich einen sinnvollen Zweck. Wir haben ihnen deswegen einen gesetzlichen Rahmen gegeben, weil Staat natürlich immer in Rechte eingreift. Deswegen muss es kontrolliert werden. Und wir schauen, halten die sich an diesen Rahmen oder gehen die drüber hinaus? Wir schauen aber auch, reicht der Rahmen aus? Können die mit diesen gesetzlichen Grundlagen auch die Arbeit machen, die wir von ihnen wollen? Ja, und ich glaube, ihr kriegt da auch den ganzen Kram erzählt, den wir nicht wissen dürfen, oder? Ja, das ist so. Also wir tagen in der Regel geheim. In der Regel ist eigentlich gar nicht bekannt, wann wir tagen und in welchen Räumen wir tagen. Und wir erfahren im Grunde alles, was an operativen Dingen auch eine Rolle spielt, wie einzelne Operationen vom Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz laufen. Nicht, weil wir, ich sage mal, so unheimlich neugierig sind und so kleine James Bond sind, sondern weil wir natürlich wissen wollen, handeln die im Rahmen ihrer Kompetenzen? Und gelingt es denen, denn auch das herauszufinden, was wir wollen? Zum Beispiel, wer bedroht unser Land von außen, aber auch von innen? Und deswegen sollen die auch genau hingucken, aber bitteschön, nur im Rahmen ihrer Befugnisse. Und jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, James Bond, der eine oder andere weiß, ich bin ein großer James-Bond-Fan, jetzt kommt auch demnächst der neue Bond. Und wenn du jetzt so Agentenfilme guckst, denkst du dann so, haha, wenn die wüssten oder, ah Mensch, ja stimmt, das können wir auch. Also wie viel ist da so Science-Fiction, ohne dass du jetzt zu viel verrätst und was passiert wirklich? Ja, also die Macher von James Bond, aber auch von anderen Filmen, die sind schon relativ gut und relativ nah dran, weil die holen sich natürlich auch Berater aus der Praxis. Die holen sich vom britischen JCHQ, von anderen Diensten natürlich welche rein, die sie beraten. Und dann sind die ein bisschen visionärer, was könnte vielleicht in einigen Jahren möglich sein und das stellen sie dar. Wenn man alte James-Bond-Films guckt, dann merkt man ja, gibt es inzwischen alles. Oder hat es mal gegeben, die Welt hat sich verändert, also die... Unsichtbare Autos? Ja, unsichtbare Autos, so aufs Erste noch nicht, aber so ein bisschen gibt es... Aufs Erste? Ja, ich sage mal, es gibt natürlich schon die Stealth-Technik, dass man probiert, fürs Radar unsichtbar zu sein. Es gibt Camouflage-Techniken, also es gibt schon Bereiche, die man machen kann. Frage ist, lohnt sich dann der Aufwand? Also für James-Bond lohnt sich natürlich jeder Aufwand, aber lohnt sich das in der Praxis? Im Zweifel kann man auch das Auto wechseln oder mehrere Autos haben. Ein Großteil der nachrichtendienstlichen Tätigkeit ist sehr bodenständig. Ich will mal nur das Beispiel bringen, wir haben sehr stark immer über den Bundestrojaner geredet. Also eine Software, die auf Endgeräte gespielt wird. Das ist Olaf Scholz, oder? Ja, das ist was anderes. So, und dann haben wir gesagt, Mensch, dann werden sogenannte Backdoors genützt. Also ein Fehler in der Software und über dieses Türchen wird dann eine Spionagesoftware aufgespielt. Der klassische Bereich ist, dass Polizei und Nachrichtendienste in die Wohnung hineingehen, wenn keiner da ist, auf den Rechner physisch Zugriff nehmen und dann im Endeffekt diese Software drauf spielen, um Terroristen, organisierte Kriminalität und andere dann auch überwachen zu können. Früher war es das analoge Telefon, dann steckte man zwei Kabel beim Verteiler rein und hörte mit. Heute muss man da mehr Aufwand betreiben. Smartphones, digitale Endgeräte sind halt etwas komplizierter. Aber ich glaube, dass die Polizeiverbrecher immer noch fangen sollen. Das passt definitiv keine rechtsfreien Räume, auch nicht im Cyberraum. Das passt auch zur nächsten Zuschauerfrage. Wie kann man sich gegen Hackerattacken schützen, ob im privaten oder im dienstlichen Betrieb? Also hast du da ein paar Tipps? Also ich sage mal, erst mal die ganz grundlegenden Sachen. Kann man klassisch Updates machen, eine vernünftige Virensoftware auf dem Rechner haben, irgendwelchen Katzenvideos widerstehen und nicht einfach draufklicken, wenn man sie per Mail geschickt wird. Okay, also dann sind wir alle verloren. Ja, das ist für viele hart. Aber ich sage mal, man muss dem widerstehen können. Und was zurzeit so eine Masche ist, ist SMS. Also es werden einem SMS zugestellt von angeblichen Paketdiensten. Ihre Paketsendung ist angekommen. Wenn man da draufklickt, findet man nichts Großartiges. Hat ja doch keinen irgendwie Paketgang gekriegt. Aber es installiert sich eine Spionagesoftware, die Passworte abgreifen soll. Also dreimal überlegen, ob man einen Paketzusteller kennt, ob der wirklich SMS schickt, ob da was dran sein kann und wenn es geht, auch dann nicht draufklicken. Also man sieht, man hat dann eine Paketkarte im Zweifel im Briefkasten. Also das ist gerade die aktuelle Masche. SMS mit einem Link drauf, sie haben ein Paket gekriegt. Und das vor allen Dingen, also auf das Mobiltelefon. Das ist ja das, was viele Leute unterschätzen, dass sie eher am PC angegriffen werden, aber immer mehr rückt das Handy in den Fokus. Ja, das Handy bündelt natürlich Mail-Software, Webseiten über den Browser, Kalendereinträge, insbesondere auch dann Adresseinträge mit E-Mail-Adressen und weiteren Handynummern, sodass dann im Grunde auch ein Netzwerk entstehen kann, wo sich Sachen drüber verteilen. Also die ganzen E-Mail-Adressen, die in unseren Datenbanken auf dem Handy sind, sind natürlich interessant für Leute. Absolut. Da kommt gleich die nächste Frage. Du bist ein gefragter Gast heute. Ist es eine Herausforderung, als Wissenschaftler so manche politische Debatte zu ertragen, in Anführungszeichen? Diese sind ja oftmals wenig wissenschaftlich. Also ja und nein. Ich sage immer, es sind zwei Welten, die ganz oft miteinander verbunden sind. Also als Jurist, als Anwender und der, der das Recht erstmal nimmt, habe ich ganz oft mich damit beschäftigt, Recht auszulegen. Wie versteht man es? Welche Folgen kann es haben? Als Mitglied im Bundestag, als Gesetzgeber organisieren und schaffen wir Rechtgesetze? Also von daher ist der andere Teil dieser ganzen Anwendungskette. Also man sieht im Grunde es insgesamt. Man hat im Bundestag natürlich eine sehr praxisorientierte, sehr durch Schnelligkeit getriebene Arbeit. Also wir haben selten Zeit, uns mal so drei Wochen in Ruhe mit einem Thema zu beschäftigen, noch ein paar Bücher drüber zu lesen, ein paar Kollegen zu fragen. Also im Bundestag gehen die Dinge immer sehr schnell und sehr hektisch. Man muss wirklich schnell schalten und die Dinge auf den Punkt bringen. In der Wissenschaft hat man dafür mal etwas mehr Ruhe. Also es sind zwei unterschiedliche Welten, aber die ergänzen sich eigentlich sehr schön, finde ich. Und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Also in wissenschaftlichen Gremien wird teilweise genauso schräg diskutiert wie in der Politik. Und meistens genauso lange ohne ein konkretes Ergebnis. Ja und nein. Also ich würde sagen, im Bundestag haben wir dann doch im Ergebnis ganz guten Output. Und das haben wir in den Hochschulen auch. Aber die jeweilige Sitzung, die kann dann manchmal ganz schön zäh sein. Also sowohl Fachbereichsratssitzung, Senatssitzung erinnert mich manchmal auch an Sitzungen in Ausschüsse und im Plenum. Wenn du gerade sagst, Gremien wissenschaftlich und so weiter, ist mir jetzt gerade eingefallen. Uns ist nämlich etwas ganz Tolles gelungen. Du bist ja auch Mitglied im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung. Da bin ich als Stellvertreter. Und diese Bundeszentrale wiederum, die macht ja den Wahl-O-Mat. Hast du den aktuellen Wahl-O-Mat schon gemacht? Ich habe ihn noch nicht gemacht. Bis jetzt bin ich noch sehr verfestigt in meiner Meinung. Von daher will ich mich da gar nicht abberingen lassen. Ich mache das ja immer, um mal zu gucken, wie genau ist der Wahl-O-Mat aktuell. Und haben Sie sorgfältig gearbeitet? Ich muss mal ein Lob aussprechen. Also dieses Mal ist er wirklich ziemlich präzise. Und wir haben es sogar geschafft, diese 5G-Huahwei-Thematik in den Wahl-O-Mat zu bringen. Es gibt da eine Frage, sind Sie dafür, dass chinesische Firmen unsere Telekommunikationsinfrastruktur ausstatten sollten? Also da können wir mal sehen, wie weit man so eine Debatte auch tatsächlich treiben kann. Das ist ja auch das Schöne, dass du in diesen Gremien insgesamt bist. Innen, Bundeszentrale für politische Bildung, Sicherheit. Und dann merkt man auch, das rundet sich ab. Also das finde ich auch bei dir ganz praktisch, dass du wirklich in diesen Gremien insgesamt bist. Und ich glaube, das werden auch viele Leute hier wahrnehmen schon, oder? Bist du angesprochen so auf Sicherheitsthemen hier in Halle? Ja, also ich denke schon. Also so das Thema Sicherheit ist schon ziemlich... Kannst du das Knöllchen wegmachen? Du bist noch nicht darauf angesprochen worden, oder? Doch, schon. Was? Aber das ist jetzt eine blöde Frage, weil ich bin auch Stadtrat. Also insofern, nein, das kann ich natürlich nicht. Es gehört sich aber nicht, wer ein Knöllchen bekommt. Wir haben hier ein sehr nettes Ordnungsamt, mit dem kannst du auch nochmal verhandeln. Aber wenn du auf dem Behindertenparkplatz stehst, dann hast du das Ding auch verdient. Das muss man einfach mal knallhart sagen. Jetzt haben wir schon sehr viel über innenpolitische Themen geredet. Vielen Dank dafür, da kenne ich dich ein bisschen aus. VDRBW-Präsident. Das ist doch eigentlich den geilsten Job, den man sich vorstellen kann, oder? Das ist so. Das ist ein Ehrenamt, muss man sagen. Aber es ist eines der schönsten Ehrenämter, die ich mir vorstellen kann, weil man verbindet so die eigenen Interessen mit der Verbandsarbeit. Der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, wie er heißt. Ist jetzt 61 Jahre alt. Wir hatten letztes Jahr unser 60-Jähriges. Hätten wir gerne richtig gefeiert, aber mit Corona ging das alles nicht so. Also knapp über 60 Jahre ist der Verband jung, muss man sagen. Und ist mal eingesetzt worden, nachdem ein paar junge Offiziere den gegründet haben, eingesetzt worden vom Bundestag als der Verband, der lebenslang alle Reservistinnen und Reservisten in Deutschland betreuen soll. Wir haben zurzeit 10 Millionen Reservisten in Deutschland, die den Status Reservisten haben. Von dem, der gerade einen Tag gedient hat, bis zu dem, der 95 Jahre alt ist. Der gilt auch noch statusrechtlich als Reservist. 10 Millionen? 10 Millionen haben den Status Reservist. Liegt natürlich früher an der Wehrpflicht, wo jeder junge Mann zur Bundeswehr musste. Das hat natürlich sehr viele erfasst. Die sind jetzt schon etwas älter, aber sie gelten noch als Reservist. Von diesen 10 Millionen sind knapp eine Million noch in dem Alter und im gesundheitlichen Zustand, wo sie zur Wehrübung herangezogen werden können. Die heißen jetzt übrigens Reservistendienstleistung. Ah, okay. Genau. Langläufig sagt man da immer noch Wehrübungen zu. Wusste selbst ich nicht. Ja, klar. Und jetzt gibt es ja auch ein neues Gesetz, oder wir haben es ja geändert, den Veteranenstatus. Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären? Ja, der Veteranenbegriff ist in Deutschland ein sehr umfassender. Auch als Veteran gilt man, wenn man nur einen Tag bei der Bundeswehr war und nicht unehrenhaft entlassen ist. Dann gilt man als Veteran, deswegen ist es ganz spannend, dass auch Soldaten, die noch im Dienst sind, sich das Veteranenabzeichen besorgen können. Und was ist dann der Unterschied zum Reservist? Es gibt eigentlich keinen großen Unterschied, es ist ein begrifflicher Unterschied. Und beim Veteranenbegriff differenziert man noch. Man hat zum Beispiel die Einsatzveteranen, die in den verschiedenen Einsätzen waren. Man hat aber auch zum Beispiel, das habe ich jetzt vor kurzem gelernt etwas, das waren die Veterans of the Cold War. Das waren die, die im Kalten Krieg auch immer sich engagiert haben. Wir haben das in den alten Bundesländern, da gab es die großen NATO-Herbstübungen. Dann waren es mehrere Tage draußen mit allem Gerät, mit allen Leuten und jedes Mal starben da auch welche bei. Verletzte, die haben hinter einem Panzer geschlafen, dann fiel der Panzer los und dann hat man die beiden halt nicht mehr gesehen. Also es kamen immer welche ums Leben und die sagten, bitte vergesst uns nicht, wir sind immerhin die Veterans of the Cold War. Also auch da gibt es eben besondere Härten und da beschäftigt man sich natürlich gerade mit den speziellen Dienstzeiten als Veteran. Es betrifft eher diejenigen, die ihre Dienstzeit hinter sich gelassen haben, die Reservisten. Wir haben gerade sehr aktive Reservisten, verstehen sich ja noch als die, die Dienst leisten. Wir haben Reservisten, die leisten zehn Monate im Jahr Reservistendienst. Also sind ständig am Üben. Wir haben sogar einen U-Boot-Kommandanten, der ist Reservist. Der fährt dann mehrere Monate mit einem U-Boot auf Fahrt als Kommandant. Verrückt. Ja, wir haben Piloten für den A400M, der fliegt sonst für die Lufthansa, hat den A380 geflogen. Der fliegt nicht mehr bei der Lufthansa, den haben die abgeschafft. Und was findet der cooler? Also ich denke mal, er findet den A400M cooler, weil der hat schon tolle Flugeigenschaften. Das ist Wahnsinn. Ist schon mal geflogen, ja? Ja, ich bin schon mal damit geflogen, den kannst du mit dem Tablet steuern. Also es ist schon ein Hammergerät. Okay. Ich sehe, wir sollten uns öfters zusammen auf Dienstleisen verabreden. Also man soll nicht immer sagen, bei der Bundeswehr fährt und fliegt nichts. Also da fliegt einiges, da fährt einiges und wenn es das tut, auch richtig cool. Aber jetzt wollte ich gerade fragen, noch ein spannendes, anderes Thema ansprechen. Aber, lieber Patrick, das ist das Signal für die Challenge. Ich habe mir sagen lassen, du hast schon ein, zwei Mal zumindest mal reinsetzen können. Ich trinke nochmal was, stärker. Ja, mach mal. Also du, es steht auch, fünf, nee, vier, also jetzt ist die fünfte Folge. Da kannst du nicht gleich stehen. Vier zu null für die Gäste. Vier zu null für die Gäste, müssen wir machen. Ja, also ich habe noch nicht gewonnen bis jetzt. Also soll ich das jetzt aufmachen? Ja, du musst auch die Challenge vorlesen. Also guckst du erstmal an, wie es funktioniert. Ich bin wieder gespannt. Also, erstmal, gib dir auch ein Vorwort, um das zu erklären. Okay. Das ist heute die fünfte Challenge, das hast du schon gesagt, im Bärstilzimmer. Und Christoph hat leider bisher noch keine gewonnen. Und das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich muss mir die nochmal genau angucken. Ja. Heute bestimmt ihr selbst, wer gewonnen hat. Hä? Ja, das bin ich auch mal gespannt. Ich lese mal weiter. Bevor wir die heutige Herausforderung besprechen, einigt euch bitte jetzt erst einmal auf einen Wetteinsatz. Okay. Sind wir schon? Gibt es da noch weitere Infos? Ah, es gibt noch weitere Infos. Vielleicht eine Spendensammlung für den Volksbund Deutsche Kriegsgeräufe. Das finde ich super. Oder einen gemeinsamen Besuch bei einem Reservistenabend, den der Gewinn festlegt. Also, ich würde ja sagen, wir beide sammeln für den Volksbund. Ja. Und wer mehr hat, der gewinnt. Wer mehr hat. Das ist ja nur der Wetteinsatz. Die Aufgabe kommt ja noch. Das ist der, der müssen wir dann machen, Wetteinsatz. Und ich würde sagen, das ist mein Vorschlag. Also, der Volksbund Kriegsgeräufe für Sorge, dafür sammeln wir und dann gehen wir im Nachgang zu einem RK, zum Reservistenkameradschaft. Aber dann muss es trotzdem noch ein RK geben. Das machen wir hier in Halle. Das machen wir auf jeden Fall. Da kommen wir nochmal rüber. Gebronkt. Das ist ein Deal, ne? Gut. Wenn ich das jetzt überlebe, ich kenne die Aufgabe ja noch nicht, ne? Also, das wäre auf jeden Fall mir gehen. So. Sobald ihr euch auf einen Wetteinsatz geeinigt habt, also wir sammeln für den Volksbund und gehen zum RK-Abend, erfahrt ihr auf der nächsten Karte die Herausforderung. Jetzt bin ich mal gespannt. Redegewandtheit. Ihr seid ja beide erfahrene Redner im Deutschen Bundestag und habt gelernt, auf den Punkt die richtigen Worte zu finden. Darum soll es heute gehen. Jetzt geht's los. Frage an euch. Welches Thema hättet ihr mal gerne im Deutschen Bundestag besprochen? Es darf ein witziges, aber auch ein Herzensthema sein. Sobald ihr ein Thema habt, beginnt die Challenge, denn der jeweils andere darf dann innerhalb von 60 Sekunden spontan und frei darüber reden und zwar so, als wenn er vor dem Deutschen Bundestag stünde. Und danach entscheidet ihr selbst in einer demokratischen Abstimmung, wer gewundert. Das ist bei zwei natürlich hart, sag ich mal, wenn ihr die Frage formuliert habt. Aber wir wollen mal gucken, bei Einstimmigkeit gibt es absolute Mehrheiten. So, das geht noch nicht. Also wenn der Gong ertönt, fängst du, Christoph, an. Also jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, ich suche mir ein Thema für dich und du für mich, verstehst du, Mensch, klasse aufgeschrieben. Okay, okay, okay. Ich würde mir als Thema vorstellen, Auslandseinsätze der Bundeswehr mehr oder weniger und warum und weh. Und dann muss er jetzt eins für mich sagen. Und sage ich jetzt erstes, sage ich jetzt gleich auf oder sage ich dann noch dein Thema? Sag mal mein Thema, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit zu überlegen. Achso, okay. Dann kannst du auch gleich. Ne, das ist ganz gut. Also dein Thema ist, warum wir aktive Cyberabwehr unbedingt verhindern sollten. Aha, aktive Cyberabwehr verhindern. Unbedingt verhindern, genau. Ja, viel Spaß. Okay, harte Nuss. Gut, dass du anfangen darfst. Also ich habe jetzt Auslandseinsätze der Bundeswehr und es gibt ein Signal, 60 Sekunden und dann geht es los. Okay. Ich warte auf das Signal. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer. Wir haben heute ein sehr ernstes Thema hier im Plenum und zwar geht es um Auslandseinsätze unserer Kameradinnen und Kameraden. Ich darf das sagen, denn ich bin Mitglied im tollsten Verband, den es in Deutschland gibt, im VDR BW. Und wir reden heute über das Thema Auslandseinsätze. Auslandseinsätze sind Einsätze für die Sicherheit unseres Landes. Und wenn ich sage, die Sicherheit unseres Landes, dann meine ich das auch so. Ein nicht weiter zu nennender SPD-Politiker hat mal gesagt, die Freiheit Deutschlands wird auch am Hindukusch verteidigt. Erst kürzlich mussten wir schmerzlich erfahren, was es bedeutet, wenn solche Missionen scheitern können. Aber was haben wir auch gelernt? Dass wir als Europäer aktuell nicht in der Lage sind, selbst einen Flughafen in einer Region wie Afghanistan mit eigenen Kräften zu sichern. Dies muss sich ändern. Und das funktioniert nur, wenn wir zusammen mit unseren Bündnispartnern auf Manöver gehen, wenn wir ihnen beiseite stehen und wenn wir vor allen Dingen unsere Bundeswehr mit den Fähigkeiten ausstatten, die sie wirklich braucht. Und deshalb mein Plädoyer. Puh, das war schon sehr staatstragend. Das war schon gut. Und jetzt hast du gegen aktive Cyberabwehr, als jemand, der das eigentlich ziemlich gut findet, war ein bisschen gemein von mir. Ach Quatsch. Sehr geehrter Herr Präsident! Die Frage ist, dass wir uns vor Feinden abschotten, stark, kräftig und so erreichen, dass im Grunde keine Feinde digital uns überfallen. Darum geht es. Deswegen werde ich mich einsetzen für eine passive Cyberabwehr. Und sie wird auch Erfolg haben. Ich danke für eure Unterstützung. Aber so richtig dagegen könntest du jetzt auch nicht sprechen, ne? Ne, und ich weiß auch nicht, ob das alles so trägt. Ich glaube, ein guter Redner, der CDU-CSU-Fraktion, der dann dagegen gehalten hätte, der hätte das schon auseinandergenommen. Ja, aber da wir ja dafür sind. Jetzt haben wir die schwierige Situation. Ich habe das gerade mal umgeswitcht. Wir haben hier ein paar Zuschauer im Raum. Und wir könnten die ja, das hört man, glaube ich, hier auf den Mikros, einfach über das Applausometer. Das ist jetzt auch unfair, du bist in Halle. Aber wir sind dafür bekannt, immer super fair zu sein. Deswegen würde ich jetzt einfach mal bitten, da du mein Gast bist, vielleicht einen kurzen Applaus für Patrick. Das ist schon sehr viel gewesen. Also für mich muss der Applaus zumindest natürlich genauso kurz sein, ist vollkommen klar. Aber jetzt dann der Applaus für meine Rede. Also ich glaube, die sind parteiisch. Also ich fand das schon gut. Die Runde geht eindeutig an dich, ja. Nein, aber für den Verband wirst du geworben. Also ganz klasse. Ich glaube, da kannst du noch die ein oder andere Rede bei den Reservisten halten. Ja, ja, okay. Naja, siehst du, es setzt sich hier eine traurige Tradition fort. Aber ich sage mal, ich verliere lieber hier im Bernstehzimmer als Prozente bei der Wahl. Das ist richtig. Und dann schauen wir mal. So, jetzt hatten wir ja gerade auch angesprochen schon. Und wenn du jetzt schon mal hier bist und wir über die Bundeswehr reden, und das war natürlich das Thema jetzt der letzten Tage Afghanistan. Kann man unsere Bundeswehr wirklich etwas anlassen oder liegen die Probleme eher woanders? Nein, ich glaube, die Soldatinnen und Soldaten haben jetzt 20 Jahre in Afghanistan eine exzellente Arbeit geleistet. Das war gut, was die gemacht haben. Es gab ganz, ganz viele. Die haben sich so stark eingesetzt, dass es bis ans Leben, an die Gesundheit heranging. Ich kenne Kameraden, die haben Freunde verloren. Also von daher, ich glaube, der Bundeswehr kann man nichts vorwerfen. Ganz im Gegenteil. Die haben tapfer gedient, sie haben einen tollen Einsatz gemacht von der ersten Stunde bis hin zum Schluss, wo die letzten Soldatinnen und Soldaten, Ortskräfte, deutsche Bürger aus Afghanistan, aus Kabul herausgeholt wurden. Ich glaube, das war wirklich exzellent. Und die haben auch viel erreicht. Also die haben viel erreicht mit den Verbündeten. 20 Jahre hatte Afghanistan die Chance, ein anderes Land zu werden. Eine ganze Generation ist anders aufgewachsen. Es wurde oft gesagt in diesen 20 Jahren, sollen wir nicht nur mit sonstiger Hilfe das machen? Sollen wir nicht nur NGOs da haben? Es geht nicht ohne militärische Absicherung. Die NGOs sind weitestgehend raus. Es geht noch mit lokalen Ortskräften für die NGOs. Afghanistan ist ein Land, wo man leider mit einer militärischen Absicherung reingehen kann, anders nicht. Das haben wir 20 Jahre gemacht. Nicht der Einsatz war der Fehler. Dieses schnelle Herausgehen war der Fehler. Und ich glaube, da haben die Amerikaner im Verhältnis zu ihren Verbündeten, zu ihren Freunden nicht an Vertrauen gewonnen. Und ich glaube, was in der Öffentlichkeit nicht so stark rüberkam, ist ja, als diese Evakuierungsmission begann, war ja die Bundeswehr schon draußen. Das heißt, also der Abzug der Bundeswehr hat regulär funktioniert. Das war kein Soldat, kein unter dem Mandat dienender Soldat mehr im Land, als diese Evakuierungsmission begann. Richtig. Also der Abzug war gut, hat ja dann auch Kritik gegeben, warum das nicht bekannt war, warum Abgeordnete und die Ministerin nicht zum Empfang der letzten Soldatinnen und Soldaten an irgendeinem Flughafen war. Das war Absicht. Die Bundeswehr hat nicht gesagt, wann sie die letzten Soldatinnen und Soldaten aus dem Land holt. Mit eben gerade nicht Anschläge passieren können auf die letzten Soldaten, die sich nicht mehr so sichern können. Also von daher, das war bewusst nicht bekannt gegeben. Und ich erinnere mich an eine Sitzung im Verteidigungsausschuss. Und ich glaube, das kann man sagen. Da hat der Generalinspekteur auf Fragen der Abgeordneten gesagt, nein, wir sagen euch das Abzugsdatum auf den Punkt nicht. Und das ist auch gut so. Zur Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten muss man auch nicht alles in der Öffentlichkeit bekannt geben. Dass abgezogen wird, war klar. Der Korridor war klar. Aber die konkrete Zeit konnte man zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten nicht sagen. Und das war ordentlich gemacht. Wunderbar. Alle gut, gesund, heil, lebendig rausbekommen. Und dann musste man, wie du sagst, wieder reingehen. Mit dem KSK übrigens, was viel gescholten ist, aber was jetzt eine tolle Arbeit gemacht hat. Die haben sogar deutsche Bürger noch aus dem Umfeld von Kabul mit Hubschraubern herangeholt. Mit Fallschirmjägern. Und die haben da eine tolle Aufgabe gemacht und haben das auch exzellent hingekriegt. Übrigens mit den guten Flugzeugen, die auch lange Zeit vorher gescholten wurden. Mit dem A400M, der ganz toll ist. Also von daher, super Truppe. Aber eins muss man auch sagen. Was wir die ganzen Jahre nicht hingekriegt haben, war zivil, uns ganz klare Wegmarken zu setzen. Was wollen wir in dem Land erreichen? Man war einfach zufrieden, dass da Frieden war. Die NGOs arbeiteten vor sich hin. Aber zu sagen, in welchem Dorf wollen wir welche Schulen haben? Was soll unterrichtet werden? Wie wollen wir ein Nation Building machen, dass die Leute auch ihrer Regierung vertrauen? Das Geld kam nicht mehr. Die Soldaten warfen die Waffen weg und haben gesagt, für diese Regierung gehen wir doch kein Risiko ein und lassen uns töten. Es ist gar nicht gekämpft worden, als die Taliban kamen. Das haben wir unterschätzt, dass dieses Nation Building nicht stattgefunden hat, dass die Afghanen nicht für ihr Land kämpften. Ähnlich habe ich das auch formuliert. Wir sind schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. Wir haben noch ein paar Zuschauerfragen. Und zwar direkt an dich, wie kann ich der Reserve beitreten? Also, wenn man bei der Bundeswehr gewesen ist, dann ist es ganz einfach. Einfach auf die Webseite des Reservistenverbandes gehen, dort einen Mitgliedsantrag herunterladen oder mir eine Mail schicken, Präsident at Reservistenverband oder mal im Internet schauen, wo die nächste Reservistenkameradschaft ist. Also kann man relativ leicht Mitglied werden. Und dann ist man eingebunden, nicht nur in ein Netzwerk von Kontakten, sondern man kann auch an vielen Ausbildungen teilnehmen. Märsche, Schießen, Taktikausbildung, man kann möglicherweise in seiner Heimatschutzkompanie mit anpacken und helfen, wenn zum Beispiel Umweltkatastrophen kommen und Reservisten gebraucht werden. Also man ist dann wirklich in einem Netzwerk. Kann man die Reservisten im Alltag von Halle sehen? Ja, in unterschiedlichen Situationen, das weißt du sicherlich auch. Einmal fahren sie inzwischen Bahn in Uniform, die Aktiven, wie aber auch die Reservisten. Bei vielen Situationen, wo sie mit anpacken. Und ich glaube, es gibt gerade was Besonderes. Ja, wir haben hier in Halle natürlich das Laternenfest. Und für diejenigen, die hier, jetzt ist es zwei Jahre ausgefallen wegen Corona, die sich hier auskennen, da bauen wir den Pongtor und Schwimmkörper auf. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass die Bundeswehr insgesamt wieder präsenter ist, zusammen mit ihren Reservisten. Da gibt es immer noch leider, leider muss man sagen, ein paar Ressortiments. Aber ich finde, die Männer und Frauen, die gehören einfach in unsere Gesellschaft. Es ist eine Parlamentsarmee und die dienen für uns. Und insofern muss man denen da auch den Respekt erweisen. Wir haben hier eine gute Reservisten-Kameradschaft. Also mit denen müssen wir jetzt was machen wegen unserer Wette. Ja, die freuen sich auf dich. Die freuen sich auf dich. Ja, die machen eine tolle Arbeit. Und ich sage das auch mal hier in Halle, wenn hier mal irgendwas ist, man kann sich auf die Reservisten verlassen. Das haben wir bei Corona gesehen. 28.000 Reservisten in Deutschland haben mit angepackt und geholfen bei Corona. Hochwasser 2013. Hochwasser. Bei euch hier jetzt in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen. Also wenn es darauf ankommt, wie der Spruch so schön heißt, die Reserve steht Gewehr bei Fuß. Patrick, ich habe hier noch so viele Themen, die ich mit dir besprechen würde. Sehr gerne. Aber es gibt noch was, ne? Ja, und zwar sind wir jetzt schon so ziemlich am Ende der Sendung angelangt. Und du siehst es, wir haben hier oben Gegenstände. Und wir tauschen auch immer mal wieder durch. Das heißt also, nichts ist hier doppelt. Jeder dieser Gegenstände sagt irgendetwas über mich aus. Und ich kann eine kleine Geschichte dazu erzählen. Und in der Zeit sehen die Zuschauer jetzt schon, welche Gegenstände jetzt gerade so dabei sind. Und du darfst dir gerne jetzt einen aussuchen und da sage ich etwas zu. Ja, ich habe ja schon so ein paar im Blick. Ich habe eben die ganze Zeit mal gedacht, was machst du denn? Also ich würde ja gerne mehrere auswählen, aber das darf ich ja nicht. Das ist ja wieder gemein, ne? Also ich würde da grundsätzlich gerne mal die Flagge auswählen, die dort ist, um da Hintergründe zu wissen. Naja, Star Trek, der Coin, den ich mal eben gesehen habe. Hier hast du irgendwas wahrscheinlich mit Training, einen Puck. Aber ich nehme mal die MoMA-Tasse. Und ich sage auch, warum ich die MoMA-Tasse nehme. Also ich war schon ein paar Mal im MoMA. Naja, ich habe nie so eine Tasse gekriegt. Was hast du denn da gemacht? Erzähl mal. Ja, witzig ist, dein Kollege, unser Kollege Philipp war ja neulich hier. Der hat sich auch über die Amthortasse, über die MoMA-Tasse gewundert. Ja, tatsächlich war es so, ich bin ja auch noch zuständig für das Thema politischer Extremismus links-rechts. Und da ging es mal um eine Ostquote im Bundestag. Und da hatte ich mich sehr auf dem Antrag der Linken gegen eine Ostquote ausgesprochen. Und dann kam das MoMA auf die Idee, in dem neuen Format MoMA-Duell nicht mal einzuladen mit einem Gegner der Linkspartei. Ja, und das war Gregor Gysi. Da hat sich das MoMA gedacht, dann nehmen wir den Gregor Gysi, den alten Hasen. Und der wird ja so einen jüngsten CDU-Politiker voll wegputzen. Hat er das geschafft, ne? Ne, hat er nicht gemacht. Und zwar habe ich ihn dann einmal mitten im Dialog, im Live, kann man ja alles noch nachschauen. Er legte dann so los, in seiner schönsten Manier, auch ein bisschen überheblich. Und dann sagte er so, naja, man darf ja eins nicht vergessen. Und der Grund, warum wir heute über die Ostquote diskutieren, ist der, dass ihre Partei, Gregor Gysi, die SED, die DDR 40 Jahre lang wirtschaftlich zugrunde gerichtet hat. Und dann griff er nach seiner Tasse und konnte gar nichts sagen. Und sagte dann so, liebe Zuschauer, was ich Ihnen jetzt mal sagen muss, da ist gar kein Kaffee drin, sondern nur Wasser. Also er hat überhaupt nicht auf die Frage geantwortet. Er hat gesagt, das gibt es doch nicht. Und am Ende hat man dann gefragt, ob wir die Tasse dann noch haben können, weil so als Erinnerung. Ja, ja, genau. Und dann hieß das, ja, na klar, gerne kannst du mitnehmen. Und seitdem habe ich halt hier so eine MoMA-Tasse. Mittlerweile gibt es die im neuen Design. Das ist die Geschichte. Und der Gregor Gysi hat sich auch nie wieder getraut, mit dir ein Redoduell zu machen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er, glaube ich, sich gedacht, beim nächsten Mal informiert er sich nochmal ein bisschen besser über seinen Gesprächsgast. Wir haben noch ein paar Minuten. Es gibt noch eine Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen. Ich habe auch noch eine. Auf der Karte der Gemeinsamkeiten steht, du bist Motorradfahrer seit über 20 Jahren. Richtig. Darf ich wissen, was du für ein Motorrad hast? Also ich habe eine Kawasaki LTD 450. Das ist so das Shopper-Modell von Kawa. Ich wollte mir immer die VMAX kaufen, als ich so 18, 19 war. Das ist doch eine Yamaha, oder? Ja, die war aber zu teuer. Also dafür hat es nicht gereicht. Aber jetzt könntest du sie der rein durchdisch kaufen. Ja, jetzt hat die nicht mehr das Fahrverhalten vom heutigen Stand. Also damals war das das Mega-Motorrad, aus meiner Sicht zumindest. Ja, das stimmt. Das war so ein großer Motor und so. Ja, das war schon, da hatte schon ordentlich Schwung. Aber wenn du heute so eine fährst, dann merkst du, in langgezogenen Kurven fängt die Gabel an zu vibrieren. Also heute State of the Art ist was anderes. Und ich komme ja langsam ein, das Alter, wo man über BMW nachdenkt. Mal gucken. Alle landen sie am Ende bei der GS. Das ist wirklich so. Dann kaufst du dir eine GS, ich warte, ich kriege keine Provision, aber das habe ich schon so oft gehört. Kaufst du eine GS, bleibst du bei der GS. Aber gut, da könnten wir einen Motorradblock aufmachen. Also ich habe ja auch einen Kratmelder-Schein bei der Bundeswehr gemacht, also Motorrad-Führerschein bei der Bundeswehr. Und dann sind wir auch BMWs gefahren, durchs Gelände. Das waren diese richtig fetten Dinger, ne? Herkules? Ach nee, das war eine eigene Marke, ne? Durchs Gelände waren die etwas kleineren, genau. Wenn du ein Herkules kommst, kommst du auch durchs Gelände, aber nicht wieder raus im Zweifel. Nein, und von daher, irgendwann holst du einen dann vielleicht wieder ein. Mal gucken. Also ich bin doch am überlegen, was es werden wird. Und wenn du mal Zeit hast, ich weiß noch nicht, wann das sein soll, habe ich gelesen, du hast ein Auto, das heißt wie ein britischer Kampfflieger, richtig? Ja, das ist richtig, das ist ein Triumph Spitfire und das ist ein 1500er, also wer sich das so technisch vorstellen will, ist wie ein Kadettmotor. Also kann man alles selbst dran schrauben, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist ein Doppelvergaser, also wer Spaß am Doppelvergaser hat, kann mir auch eine Mail schreiben. Synchronisierung, aber. Also ich hasse das Ding inzwischen, also ein Ventilspiel einstellen, das geht bei dem Auto wunderbar, richtig mit Schieblehren und sowas, alles kein Problem, alles grobmotorisch, aber der Doppelvergaser ist ein Teufelswerk. Das glaube ich. Und fährt er jetzt schon? Ja klar, der fährt, der fährt schon seit Ewigkeiten, ich habe den mal im Studium restauriert, ich konnte nichts an Autos, also ich wusste, wo man Gas gibt, wo man bremst, habe ich auch irgendwann gelernt, aber nichts an Autos, so und dann habe ich mir ein Werkstatthandbuch gekauft und bin dann wirklich Schritt für Schritt, dreh die Schraube raus, halte das Teil fest, sonst fällt es dir runter und habe dieses Auto restauriert und habe das auch wirklich ganz, ganz selber gemacht, bis zum Lackieren und das ist mal nie wieder. Also ich war abends fertig mit dem Lackieren und das Auto sah so im Halbdunkeln echt gut aus. Am nächsten Morgen gucke ich mir das bei Sonnenschein an, so richtig die Welle, das war alles Schrott, konnte alles nochmal neu gemacht werden von einem Profi, die hat mich schwarz geärgert. Alles, was mit Schrauben zusammenhängt, mache ich, lackieren, kriegt mich kein Mensch mehr dran. Wahnsinn, was man so alles darüber nicht erfährt. Wahrscheinlich die letzte Frage, zumindest in dieser Folge und für heute Abend, in welcher Einheit haben Sie gedient? Kein Mensch, kein Tier, ein Panzergrenadier? Da kennt sich wer aus, da kennt sich wer aus. Also ich habe angefangen in Göttingen bei 543, Panzergrenadierbataillon, gibt es heute alles nicht mehr. Das war noch auf dem alten MTW, Mörser-Kompanie, Mörser hinten in die Klappe rein, dann schoss man Mörser aus dem Panzer, dann hüpfte der Panzer so leicht, danach gab es den Marder bei uns, also das war noch vor der Zeit Marder, und immer Panzergrenadier gewesen, in unterschiedlichen Verwendungen, dann bei 2012 in Augustdorf Zugführer, also erst Gruppenführer, Zugführer, dann war ich Kompaniechef in einem Heimatschutzbataillon, dann war ich beim Heeresführungskommando G1 im Bereich Infü, dann war ich wieder in einem anderen Heimatschutzbataillon, dann war ich im Einsatzführungskommando und bin da jetzt in der Verwendung in der 1er Schiene, soweit kann ich sagen. Aber wir planen die Einsätze im Einsatzführungskommando und da bin ich jetzt schon bald, ich glaube fast 10 Jahre eingeplant im Einsatzführungskommando. Wie lange ist die durchschnittliche Überlebenszeit eines Panzergrenadiers? Relativ lange, weil die richtig gut sind. Nee, 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 das habe ich irgendwie anders gehört, aber okay. Ja. Patrick, so schnell gehen 45 Minuten rum. So ist das. Unglaublich, ich habe hier noch so viele Fragen auf meinem Zettel, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch Ihnen da draußen auch, vor allen Dingen diejenigen, die jetzt sich im Nachgang den Stream anschauen. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, wenn es noch Fragen zum Verband geben sollte oder generell zur Frage der Verteidigung, Sicherheitspolitik, Patrick ist wirklich ansprechbar, das ist heute mal rübergekommen. Meistens machst du deine Arbeit im Hintergrund fleißig und sorgst für die Sicherheit in unserem Land, das kam heute auch nochmal rüber. Heute bei dir aber im Vordergrund, ideal. Deswegen, wir holen die Leute, wir holen die Leute überall her und es sind immer wieder spannende Gäste aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich mache nochmal ganz kurz Werbung, wir sind nämlich schon am Sonntag, diesen Sonntag, mit auch wieder einem besonderen Gast dabei. Ich kann schon so viel verraten, es wird musikalisch, also etwas ganz anderes und es wird auch wieder lokaler. Patrick, vielen Dank, du musst jetzt direkt weiter. Ich danke dir, dass du hier warst, euch einen schönen Abend, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, tschüss. Das war das Bernstiel-Zimmer. Alle Folgen jetzt zum Nachschauen auf Christoph Bernstiels Facebook und Instagram-Seite sowie auf YouTube. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.